Herzlich willkommen hier bei uns bei der Tischlerei Keitel in Lerne, das Holzfass. Wir sind ja auch Echtanbieter und das Besondere, was wir eben hier bauen in Lerne, das sind unsere schönen Holzfässer. Die Tischlerei Keitel gibt es jetzt seit 31 Jahren, da vor 31 Jahren habe ich hier ganz alleine angefangen als Einmannbetrieb. Mittlerweile sind wir 17 Mitarbeiter. Wir bauen eben das schöne Holzfass und haben auch eine ganz normale Tischlerei mit Möbelbau, Fenstertüren, alles was dazugehört. Das hier, das ist unser Urfass. Das war das Grundfass, was wir damals als allererstes gebaut haben. Das ist ein nachgebautes 8000 Liter Fass und hier entstand eben die Idee durch das Sitzen da drin, durch das, oh ist das kuschelig gemütlich. Aber mit dem Fass ging alles los und da kam dann der erste Kunde, der so ein Fass hatte und sagte, die Enkelkomme am Wochenende, die wollen mal so schlafen, bauen wir ein Bett rein. Und so sind im Prinzip alle Ideen aus diesem Fass heraus entstanden. Das Besondere an unseren Fässern ist, dass unsere Fässer die einzigen Fässer sind, die wirkend bauchig sind. Und diese bauchige Form ermöglicht es eben, dass wir auch in der Nacht verzichten können. Die Fässer sind dicht, die halten sehr 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 lange, eben aufgrund des schönen Holzes, was wir hier aus dem Solling bekommen. Hier stehen wir gerade mal an unserer Mietsauna. Die können Sie sich gerne am Wochenende nach Hause holen. So sieht dann eine Sauna von innen aus. Die hier ist so ein bisschen anders gebaut als die Mietsaun. Die hat hier nämlich eine ganz große Panoramascheibe. Hier sieht man ja sehr geräumig. Wir haben hier eben diese zweite Liegeebene. Man kann die auch eben rausnehmen, diese Sachen. Und dann kann man eben mit mehreren Leuten an der langen Bank sitzen. Und ansonsten bauen wir das auch individuell so, wie sie es gerne haben wollen. Das ist hier eine ganz andere Variante der Wellness. Wer es nicht ganz so heiß mag wie in der Sauna, hier haben wir so eine Raumtemperatur von 25, 30 Grad. Und haben eben von unten die Wärme über diese Tomalin liegen. Das ist so ein Edelstein, der mit Elektrizität erhitzt wird und der unwahrscheinlich viele Gesundheitsaspekte mit sich bringt. Mittagsschlaf zu Ende. Müssen wir wieder ein bisschen was tun. Das hier ist auch eine Variante, die wir haben. Unser Schlummerfass. Hier wird aufgebaut. 1,40 m x 2 m Liegefläche. Platz für zwei Personen. Der Privatmann, der das zu Hause hat, der hat dann die Variante, dass er mit wenigen Handgriffen das Bett umbauen kann. Stellt den Tisch auf und dann sieht er einen Partyfass, wo er mit je nach Fassgröße 8 bis 14 Personen drin feiern kann. Ja, das war mal ein kleiner Rundgang hier in Lenne, Lindenplan 2. Wir, wie gesagt, haben das Echtsiegel hier am Büroeingang zu erkennen. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben und sagen, Mensch, das Fass ist schon ganz gut, aber ich hätte gerne das oder das. Wir sind im Prinzip für alles offen. Wir sind ein Handwerksbetrieb und machen unwahrscheinlich viel möglich. www.gost.info Untertitelung des ZDF für funk, 2017